So, wir sind jetzt auf neutral, hat aber die Rückfahrkamera eben noch vom Rückwärtsgang drin. Und jetzt kann man beobachten, wie mit dem Lenkrad-Einschlag dann sich auch die Linie verändert. Lass dich nicht irritieren von dem, ist egal. Der muss an der Vorbeikamung. Ja, klar, fahr ein Stück vor. Ah, geht doch alles wunderbar. Ja, es sieht doch schon mal richtig gut aus. Hier ist auch noch das kleine Fahrzeug. So, nicht zu weit zurück, dass der Abgrund irgendwann... Ja, super spannend.